Und da sind wir wieder immer noch an der selben Stelle. Ähm, 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 mit was muss ich mich denn jetzt bitte beeilen? Ich hab's nicht mitgekriegt vorhin. Ich hab ja irgendeine Meldung gekriegt, dass ich mich mit irgendwas beeilen muss. Ein Infektionsherd. Ähm. Ich möchte jetzt ungern wieder sinnlos nach Hause fahren. Deswegen mach ich hier jetzt doch erstmal noch die, den einen Infektionsherd da weg. Ja, oder auch nicht. So, ich möchte da hin, möchte ich. Ich frag mich nur, wo meine Begleiter abgeblieben sind. Wäre ja schon schick, wenn die noch dabei wären. So, das war das falsche Haus. Scheiße. Zwei Kreischer, alles klar. Äh, erstmal so eine Runde hier. Wo sind denn die beiden Kreischer? Da sieht's schon mal nicht so aus. Da steht schon mal eine. Äh, na geil. Ja, ich seh nix. Oh, jetzt muss ich das hier wieder alleine machen. Na super. Naja, geht ja schon wieder super los. Okay, ich hab noch ne Brandbombe. So, kommt mal rüber. Na, nicht da bloß rumstehen, sondern... Ja, und nicht durch den Zaun backen. Meine Güte, ey. Ja, das war keine so gute Idee, erstmal durch den... ...über den Zaun zu hüpfen und in der Hoffnung, dass, ähm... ...dass das ein bisschen einfacher wird. Das geht natürlich nicht. Wäre ja zu schön gewesen. So, wo ist der? So, ne, ich... Na komm. Uuuh, der ist schon scheiße. Ich denke... Ich denke, die sind beide weg. Achso. Ja, das ist nochmal ein extra Kreischer. Oh, der ist hier völlig aus der... ...aus der Puste. Uuuh. Ja. Och Himmel. Komm, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. So, und jetzt... Meine Güte, ey. Ich muss schon wieder Schmerzmittel einwerfen. Wen muss ich denn jetzt noch erledigen, damit das... ...sich hier erledigt hat? Ähm... Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da hinten bist du irgendwo. Ähm... Na ja. So, meine Güte, ey. Ähm... Da ist nix zum Durchsuchen. Da. Ja, die Begleiter scheinen irgendwie weg zu sein. Die haben sich... ...spontan in Luft aufgelöst. Ähm... Verdammt, ich hab da schon den... ...Rucksack voll mit Zeug. War da sonst noch was Brauchbares dabei? Noch ein Rucksack. Nö. Ja, ich bin doch beim Erledigen. Was nährst du mich denn? Und ich find grad die anderen Stellen nicht, wo es Ressourcen gibt. Nee. Nee. Ich kann da nicht... Nee, nee, obwohl es so ein bisschen leuchtet, kann ich da nicht reingucken. So, hab ich denn jetzt noch eine andere... Ähm... Okay, auf zum Auto. Hm, dann nehm ich mal den schicken blauen hier. Und... Ja, so rumfahren muss ich ja fast gar nicht. Okay, ab nach Hause. Ist ja schon extrem müde, der Kevin. Oh. Tschüss. Meine Güte, einiges an Horden hier. Um die ich mich alle nicht kümmern werde. Zumindest nicht im Moment. Später schon. Und viele Autos. Auch den schicken Flitzer hier. Und noch ne Horde. Aber auch euch möchte ich nicht... Gerade im... Ähm... Was auch immer. Ja, okay, bin ich richtig. Ups. Die Autos machen ja alle dasselbe Geräusch. Das ist ein bisschen schade. Und... Ähm... Die Fahrphysik ist auch ein bisschen... Gewöhnungsbedürftig. Oh, ein kleiner Wasserfall rechts. Nichts. Nicht wieder irgendwo gegenfahren beim Umgucken. Mal gucken, was ich dann als nächstes mache. Ups. 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 Ach. Wie gesagt, nicht beim Umgucken irgendwo gegenfahren. Am besten gar nicht erst umgucken. Noch ne Horde. So, kriegt man ja auch alle Autos irgendwann geschrottet. Und noch ne Horde. Ja, apropos Autos geschrottet, ne? Den lasse ich doch mal direkt hier stehen. Und wechsel in den anderen. So. Oh, okay. Den kann man nicht einfach umfahren. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Dankeschön. Bin schon weg. Oh. Geht wohl wieder ein paar, äh, Zombiehorden auszurotten hier in der Gegend. Wie viel Bier die hier haben. Ist ja unglaublich. So, Hälfte der Folge rum. Und... Da ist rein, da ist rein. Davon habe ich nicht mehr viele. Jetzt bin ich auch noch verletzt. Na, toll. Ähm... Mal gucken, kann ich mir denn hier noch... Ich kann mir noch hier irgendwie in der Werkstatt Mollis herstellen. Ja. Gut, der Kevin muss sich ausruhen. Dann, was sagt denn die Maja? Nö. Zu ihr darf ich wechseln, alles klar. Oh, da humpelt er schon. Äh... Ja, bin dabei. Bin dabei. Oh, wie ist er gut beladen noch. Moment. Das weg. Die drei weg. Der ist in super Zustand. Ähm... 45er. Nehme ich nochmal. Drei. Achso. Ups. Nein, nicht in die Karte. Äh... Da auch nicht rein. Da wollte ich hin. So, weg damit. Den Rest lasse ich so. Und jetzt wollte ich in die Karte. Hilfe bei einer Lieferung. Zombie-Infektionsherd. Zwei Kreischer. Ja, muss ja gemacht werden. Kann mich denn hier jetzt jemand begleiten? Ähm... Zwei Kreischer. 10-4. Ich bin bereit. Jo, cool. Und... Ähm... Nein, hier... Nein. Dann... Okay. Ähm... Nee, das mache ich offscreen. Oh, wie ein Infektionsherd beseitigen. Was ist das? Wir versuchen, aber es ist kein guter Platz für die Entrennungen hier. Ich glaube, wir müssen das fixieren. Mhm, 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 mhm. Hm. Das ist Dino Wars. Ah, komm. Ach, Himmel. Ich und schießen. So, uah, nicht runterfallen, nicht. Ach, Himmel. Kann mir mal jemand helfen hier bitte? Wo bist du? Bist du in der Basis? Bist du in der Basis? Oder... Okay. Hm. Ach, ich hab doch keinen Platz mehr. Ich brauch die Funkstation. Quartier des Pastors. Was? Tja. Ich glaube, ich muss einen Außenposten einrichten. So, aber was soll mir dieses Symbol über der Minimap gerade sagen? Hm. Keine Ahnung. Naja, wird schon irgendwie schief gehen. Hm, kommt schon. So. Was zum Teufel. Was zum Teufel. So viel auf einmal zu tun. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Ne, ich will nicht schon wieder quer durch die Map fahren. Ich möchte jetzt hier noch den Herd ausrotten und dann die Folge beenden. Sinn. Wie weit ist denn das weg? Ähm. Zack. Sind da alle in den Büschen, verdammt. Die ganze Horde ist in den Büschen. So, jetzt versuche ich das nochmal mit dem Molli. Der nicht will. Uh, zwei erwischt. Drei. Und jetzt machen die da Synchrontanzen. Und, oh. Okay. So. Das hat sich schonmal erledigt. Kurz ausruhen. Ähm. Gleich mal den Screamer ausfindig machen. Der ist es nicht, der hat Arme. Kann ich mir den noch so schnappen? Kann ich mir den noch so schnappen? Kann ich mir den noch so schnappen? Kann ich mir den noch, äh, so schnappen? Ja. Und... Okay, das Haus hat scheinbar nicht allzu viele Fenster. Beziehungsweise die Fenster sind alle vernagelt. Ich hoffe, das war ein normaler Rabe und nicht irgendwas anderes. Was da gerade so gekreischt hat. gut. Gut, du hast mich jetzt auch doch gesehen, wenn du dich umgedreht hast. Ähm. Läuft heute nicht ganz so gut, wie ich mir das gewünscht hatte. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ähm. So. Oops. Ähm. Komm. Lauf. 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 Lauf, 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 lauf! Ah. Ohh. Ja, ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Puh, ja, das war nicht gerade gut. So, jetzt gucke ich nochmal schnell, was ich hier drin so finden kann. Und dann ist die Folge ja auch schon vorbei. Ich kann es nicht abwarten, ich muss schnell durchsuchen. Ah, ein bisschen Muni. Ein paar Schmerzmittel. Was haben wir hier? Ich kümmere mich doch gerade um Sachen, die nervt ein bisschen ein Wecker. Okay, das war's. Gut, dann mache ich jetzt hier das Folgenende. Wer derweil mal die beiden Probleme in der Basis beheben. Mit den beiden Typen da nochmal losziehen und ein paar Zombies schlachten. Und dann, ja. Ach Gott, ey. Und warum sind meine Begleiter immer alle sofort weg? Das ist doch auch nicht schön und im Sinne des Entwicklers, oder? Warum sind denn hier so viele? Ich hab doch hier schon... Ich dachte, ich hätte hier schon alle weggemacht. Ja, der andere hat mich gesehen. Alles klar. Aber dich nehme ich noch so mit. So. Ich wollte noch ein Folgenende machen. Ich wollte noch ein Folgenende machen. So. Und mit diesem Bild ist jetzt die Folge zu Ende. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.